Der Typ da mit dem Pferd. Kennst du ihn? Das ist Lao Luo. Er war mal einer der besten Stuntmen in der Filmbranche. Damals in Hongkong. Regel 200. Ich denke niemals, dass ein Boxhandschuh weich ist. Er ist Profi, er tut dir nichts. Runter! Meister Luo! Ich sag dir was, heute nehme ich dein Pferd mit, und zwar als Pfand. Am besten, Sie nehmen sich einen guten Anwalt. Und was? Wenn wir den Prozess verlieren, was werden Sie dann machen? Ja, lass uns trainieren. Du wirst es vielleicht anwenden müssen. Und was ist mit der Regel keine Gewalt? Was machen mein Vater und seine Freunde, um Geld zu verdienen? Immer das Gleiche. Action. Dann ein Sprung und ab ins Krankenhaus. Ich umfasse, wenn sich rote Hase verletzt. Ein Stuntman, der was auf sich hält, sagt niemals nein. Ich hab ihm für sein Pferd zwei Millionen angeboten. Es geht ihm nicht ums Geld. Er hat abgelehnt. Du kämpfst mit unfairen Mitteln! Ein Stuntman weicht nicht zurück oder zögert. Und jetzt, spring! Hm?! Witest mich Monthly